Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Sonntag, heute war Filmbörse in Neuss. Wenn es interessiert, die nächste Filmbörse findet übrigens statt am 11.10. auch wieder in Neuss, also in fünf Wochen. Ja, direkt mal vormerken, dann vielleicht auch mal vorbeifahren. Ja, ich habe wieder ein paar Leutchen getroffen, ein paar nette Leutchen, ein paar komische Leutchen, aber zumindest interessant waren die Leutchen. Ja, ein paar Cosplayer waren noch da, waren nett anzusehen. Vielen Dank, dass ich kurz ein bisschen was aufnehmen konnte. Ich blende unten mal hier Kontakt- oder Internetseite ein. War auf jeden Fall nett, das mal so aus nächster Nähe sich anschauen zu können. Ja, Filmbörse bedeutet ja immer viel Rumgelaufe, viel Gesuche, Rumkrosen. Ja, ich liebe ja unheimlich diese Kisten da zum Krosen, um sich die Filme rauszusuchen. Ich bin dann auch, wie eigentlich bisher jedes Mal, leider recht fündig geworden, ausgiebig fündig geworden. Ja, wollen wir eigentlich direkt mal loslegen mit den Dingen, die ich gefunden habe. Teilweise waren tatsächlich oder es waren einige Sachen dabei oder sind einige Sachen dabei, die ich haben wollte, die ich jetzt nicht auf Teufel komm raus unbedingt heute mitnehmen wollte, aber die mir so vor die Füße gefallen sind. Da habe ich gesagt, ja, super, perfekt, passt, nimmst du mit. Ja, fangen wir direkt an. Ich bin meiner Linie natürlich treu geblieben, das heißt, immer schön Amare jetzt Plastik kaufen. Ja, den ersten Film, den wir hier haben, Gunman mit Sean Penn. Er ist von dem gleichen Regisseur, der die Taken-Filme gemacht hat. Ist auch so im gleichen Stil. Ich kenne den Film schon, habe ich schon gesehen. Ist gut, kann man sich wirklich angucken. Also das ist nett, gut, gute Unterhaltung, Action, ist ordentlich was los. Dann, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen. Viel davon gehört, viele kennen den, Donnie Darko. Werde ich jetzt nachholen, ja, wollte ich mir auch immer schon holen, aber bei solchen Sachen, ich bin da jetzt nicht so hinterher. Die fallen, wie jetzt in dem Fall, mir irgendwann vor die Füße und dann kann ich sie günstig mitnehmen. Ja, viele von euch kennen das, Alibi-Filmchen, die man für die Frau besorgen muss, ja, muss man so ein bisschen schön Wetter machen. Happy Vive, Happy Life, ihr kennt das. Anna Karenina, ja. Das war Filmung von Tolstoy, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, genau, ne, Tolstoy. Den haben wir da mitgenommen. Mal gucken. Dann, wo wir gerade dabei sind, Elisabeth. Ja, ja, gut. Ja, Jet Li-Film, The One, Uncut-Version, wer den noch nicht kennt, lohnt sich, ist gut, ist jetzt kein A++++-Filmchen oder sowas, aber ist ein solider Actionfilm. Jet Li spielt viele, viele verschiedene Rollen. Eigentlich spielt er immer in sich selbst, aber halt in verschiedenen Paralleluniversen und dann wird gekämpft und, ach, cool. Cool, cool, cool. Gegebenenfalls schaut euch mal den Trailer an. The One ist gut. Stellt euch im Prinzip vor, ja, die Theorie der Paralleluniversen, überall existiert man, aber jeweils in verschiedenen Versionen. Versionen und wenn einer, wenn eine dieser Version stirbt oder getötet wird, geht die Kraft, die Energie dieser Person auf den Rest der Leute im Multiversum über, ja. Und wenn dann ganz zum Schluss noch einer da ist, klar, ne, hat einer die gesamte Energie, Kraft von allen. Und das ist so die Geschichte des Films, was dann halt einer, der böse Jet Li, versucht, alle anderen zu töten, um die ganze Energie in sich aufzunehmen. Einer stellt sich dagegen. Jason Statham spielt noch mit. Und, wie heißt der andere? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Jet Li, Jason Statham. Guter Film. Ist beim vielen unter dem Radar gut. Okay, ja. Ja, was ich auch gucken wollte, was ich auch noch nicht gesehen habe, Bone Tom Ork. Habe ich jetzt endlich gefunden. Freue ich mich sehr. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich mir das Ding heute Abend angucken werde. Da bin ich schon sehr gespannt. Da habe ich viel, viel Gutes drüber gehört. Mal weiter. Jean-Claude Van Damme Filme. Bin ja so ein bisschen gebranntes Kind, was das angeht. Jean-Claude Van Damme Filme. Trotzdem gibt er eine Reihe von ihm. Da wollte ich mir jetzt so nach und nach die Filmchen holen. Und zwar von den Universal Soldiers. Ja. Ich kenne den Teil noch nicht. Was rappelt denn da so? Ach so, okay. Ist nur ein Papierchen drin. Alles klar. Oh. Der, äh. Muss da auch sein. Ja, den Film, den folgenden, habe ich schon ein paar in meiner Hand gehabt. Habe ihn nie mitgenommen. Auch weil mir das Cover sagte mir überhaupt nichts und sowas. Jetzt habe ich ihn mir ein bisschen näher angeguckt. Und zwar Mystic River. Das ist Regie. Clint Eastwood. Habe ich jetzt festgestellt. Und von den Darstellern her. Wir haben ja Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne und Laura Linney. Also, äh, ordentlich. Das ist so ein Thriller. Ja, genau. Ähm, bin ich mal gespannt. Clint Eastwood kann man ja eigentlich meistens gucken, die Filme. Sowohl von ihm als auch mit ihm. Dann haben wir jetzt nächstes einen Film, ähm, Thursday. Möderischer Tag. Das kann man so fast so als Geheimtipp laufen lassen. Den Film selber habe ich vor ewigen Jahren mal geguckt. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Steht das hier irgendwo drauf? Ja, steht bestimmt drauf. Aber so klein, dass ich es nicht lesen kann. Uh, ja, bevor ich jetzt hier drei Stunden suche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, man sieht schon, ne? Schwarzer Humor. Der Film ist auch, glaube ich, ab 18. Ja, ja, genau. FSK 18. Schwarzer Humor. Frag mich jetzt nicht genau, worum es daran geht. Ich habe den Film auf jeden Fall super gut in Erinnerung. Äh, wo ich das Cover gesehen habe, habe ich gedacht, okay, den nimmst du direkt mit. Und als nächstes haben wir einen Film, den ich wirklich super finde, den ich schon mehrfach gesehen habe. Aber ich hatte ihn halt nie auf Blu-ray hier zu Hause stehen. Den Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal. Wer den Film noch nicht gesehen hat, also für mich ist das wirklich ein, ein, ein Superfilm. Ja, der ist jetzt kein Actionfilm oder sowas. Ja, ähm, er spielt einen, ähm, ja, wie nennt sich das, Paparazzi, ne? Der so hinter Unfällen her ist, die filmt und solche Sachen. Äh, und hier wird dann halt gezeigt, wie skrupellos und unmoralisch das Ganze vonstatten geht. Der Film, der hat wirklich bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich freue mich sehr, dass ich den jetzt hier habe, auch auf Blu-ray. Wenn er nicht gucken kann, in Blu-ray-Qualität. Nächsten Film habe ich mitgenommen aufgrund eines, ähm, eines Tipps, einer Empfehlung vom Filmangler. Wehe, das Ding ist nix. Valhalla Rising. Mit, wie heißt der Typ? Mats Mikkelsen. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Äh, ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Keine Ahnung, er hat gesagt, der Film wäre dreckig, schmutzig, auf jeden Fall gut und so weiter. Und ein Wikinger, äh, steht da noch groß drauf an, Kat. Ich lasse mich überraschen. Ist ja immer alles Geschmackssache. Wir werden sehen. So, also, normalerweise bin ich ja hier so der Plastikfreund. Ähm, wenn du dann aber da hinkommst und hast da so Stände, wo dann da steht irgendwie 3 für 10, 4 für 10, 3 für 14 oder sowas, äh, dann nehme ich eben auch schon mal Filmchen mit, äh, klar, die ich überhaupt nicht kenne, so quasi so Blindkäufe. Das täte ich bei diesen Preisverhältnissen dann doch schon mal. Und, äh, wenn dann da mal Steelbooks bei sind, dann sage ich, okay, nimmst du mal mit. Und, so, hier kam jetzt, äh, mehreres zusammen. Das heißt, wir haben hier einmal ein Steelbook. Das Ding hat jetzt gekostet 2,50 Euro. Das ist ein Steelbook. Der Titel kam mir bekannt vor. Äh, das Cover kam mir bekannt vor. Und dann spielen noch so Leute mit wie Billy Bob Thornton. Dann liest du dir das hinten durch. Äh, und dann steht hier so als letzter Satz, äh, dann plötzlich, äh, sind den Brüdern sexy Bondage-Killerinnen durchgekriegt. Verknallte, Menschenjäger und der korrupte Sheriff auf den Fersen. Also allein schon der, der letzte Satz, der hat mich dann getriggert, da habe ich gesagt, den musst du jetzt mitnehmen. Äh, 2,50. Cool. Und selbst wenn der Film scheiße ist, das Bild sieht gut aus. Ja, dann also auf dem, bei dem gleichen Stand, ne, um da dieses, ähm, Package vollzukriegen, ähm, dann auch wieder ein Steelbook. Und zwar Death Race 2. Jetzt werden einige von euch aufschreien und sagen, ah, der ist im Steelbook, ist er ja geschnitten, weil der ist ja nur ab 18. Da sage ich nur ja, aber dafür gibt es ja sowas hier. So, SpioJK, Austauschen, Sache erledigt. So, dann haben wir hier noch was Schönes. Ritter der Dämonen, auch schon ewig lange nicht mehr geguckt. Mit, äh, Billy Zane ist das, glaube ich, äh, der da mitspielt, der unter anderem hier den bösen Arsch bei Titanic gespielt hat. Wenn ich mich jetzt nicht irre, jetzt erzähle ich wieder irgendwelchen Blödsinn in die Kamera und habe vorher nicht nachgeguckt. Äh. Jetzt findest du wieder alles, nur keine Darsteller. Ja, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass der da mitspielt. Ich werde es ja sehen. So, dann Godzilla, jawoll. Ja, normalerweise kriegst du diese Dinger. Ich weiß jetzt, bei dem bin ich nicht ganz sicher, aber ansonsten so Godzilla-Filme auf Blu-ray kriegst du ja unter 15 Euro normalerweise gar nicht. Das Ding war jetzt ein lächerlicher Preis. Mitgenommen. Ähm, dann habe ich schon länger gesucht, so Flatter-Filmchen, sage ich mal, ne, so aus der asiatischen Ecke. Und zwar Filme mit, ähm, David Chang und T-Lung habe ich gesucht und habe jetzt heute auch einen mal gefunden. Ähm, 13 Söhne des Gelben Drachen. Da bin ich mal gespannt. Äh, das macht bestimmt Spaß, das Ding nochmal wieder zu gucken. Das ist schon ewig her. So, und den nächsten kenne ich noch gar nicht. Habe ich auch nur von gehört. Soll jetzt, glaube ich, auch nicht der Überkracher sein, aber... The Voices. Da lasse ich mich auch einfach mal überraschen. Da gucken wir mal Ryan Reynolds. Ja, gut, das ist jetzt auch kein Garant für gute Filme. Aber das liest sich ziemlich abstrus da hinten. Das könnte was sein. No, dann habe ich vor kurzem noch einen Trailer gesehen von einem älteren Film mit Elijah Wood. Elijah Wood, ne, hier ist ein kleiner Hobby jetzt. Ähm, der macht ja Filmchen, die immer so ein bisschen abseits oder oftmals abseits des Mainstreams sind und laufen. Und zwar den Film Open Windows. Ist auch irgendein Cyber-Troller mit Kidnapping und Erpressung und irgendwie sowas. Ja, also der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Und ich dachte mir, dann in Verbindung mit Elijah Wood und einer leicht abstruse Story könnte was werden. So. Den nächsten habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich mich immer vor gescheut, weil eigentlich, eigentlich so richtig wollte ich den nicht gucken, weil ich wollte mir das Original von John Carpenter nicht kaputt machen lassen. Und zwar die Neuverfilmung von Das Ding. Den werde ich mir jetzt auch mal antun. Irgendwann, ich bin gespannt. So, den nächsten Film hatte ich bei der Erstsichtung eigentlich als langweilig empfunden. Und eigentlich als nicht nochmal sehenswert. Paradoxerweise finden den Film Gott und die Welt super bombastisch. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn du das Ding nochmal irgendwo in die Finger kriegst, für kleines Geld, holst du dir den nochmal und schaust dir den nochmal an. Und zwar Drive. Ja, das könnte mich jetzt schlagen und steinigen. Ich habe den Film nach wie vor als langweilig in Erinnerung. Zumal mich damals auch der Trailer auf eine völlig falsche Fährte gelockt hat. Ja, ich glaube, dass das Filmstudio ist, glaube ich, hier Universal, das ist, glaube ich, mal von irgendjemandem verklagt worden aufgrund des Trailers, wegen irreführender Werbung, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das war das sogar. Bei dem Trailer wird das Ding irgendwie so nach dem Motto Gone in 60 Seconds oder Fluchtburg San Francisco oder so beschrieben, was ich auch eigentlich erwartet hatte. Und dann kommt da so eine langsame, lahme Geschichte bei rum. Wie gesagt, ich lasse mich gerne an das Besseren belehren. Der Film kriegt von mir eine zweite Chance. Der wird auf jeden Fall, ich weiß nicht wann, es kann ein bisschen dauern, der wird auf jeden Fall bei mir in der Watchlist auftauchen. Und dann werdet ihr nochmal meine Meinung dazu hören, ob die sich geändert hat oder nicht. So, weiter. Dann haben wir hier Live. Ja, ist jetzt nicht der Überknallerfilm, aber irgendwie hat er was. Die Leute in dem Film benehmen sich teilweise ein bisschen Banane, sind aber dann auch wieder nicht ganz so dumm, als dass sie mit bestimmten Dingen in dem Film umgehen, auf eine Art und Weise, die man tatsächlich sehr gut nachvollziehen kann. Wie könnte man den beschreiben? Ja, hat so ein bisschen was von Alien, das Ding aus einer anderen Welt und sowas, sowas in dem Dreh. Ja, habe ich mir jetzt auch nochmal geholt. Ich fand den Film gar nicht so schlecht, kann ich mir nochmal angucken. Oh, und dann, Wolf of Wall Street, habe ich einmal gesehen im Fernsehen. Da lief der irgendwann, frage mich nicht auf welchem Kanal. Da habe ich irgendwie rumgesippt und da fing der gerade an, der Film. Das war aber da schon, ich glaube, halb zwölf nachts oder zwölf Uhr davor, da fing der gerade an und ich wusste gar nicht, dass der so lang geht. Die gehen nämlich irgendwie fast drei Stunden. Ja, jetzt finde ich das. Warum finde ich denn nie die Angaben hier hinten drauf, die ich gerade haben will? Keine Ahnung, der Film geht sehr lang, glaube ich. Ich habe ihn dann bis zu Ende tatsächlich durchgeguckt, bis mitten in der Nacht. Ich fand den super, werde ihn mir nochmal angucken. So, dann haben wir hier im nächsten Film eine interessante Mischung. John Travolta, Robert De Niro, Killing Season. Ich glaube, den Trailer habe ich auch mal gesehen vor Ewigkeiten. Den Film noch nicht gesehen. Ja, zwei Killer, ein Krieg. Gucken wir mal. Mittlerweile ist es ja leider Gottes so, dass Robert De Niro nicht mehr für super Filme steht. John Travolta ja schon lange nicht mehr. Die beiden jetzt in einem Film, entweder wird er gut oder der wird doppelt schlecht. Dann haben wir hier noch was Schickes, glaube ich. Lucky Slevin, spielt auch wieder Hinz und Kunz mit. Das ist wieder einer der Filme, die wirklich gut werden können oder total in die Hose gehen. Josh Hartnett, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu, Stanley Tucki und Bruce Willis. Ja, ich lasse mich überraschen. Dann ein Film, den mir wirklich sehr gut gefällt, den ich schon mehrfach gesehen habe. Jetzt habe ich ihn auch auf Blu-ray. VfL Vendetta. Ich finde den Film klasse. Gefällt mir richtig gut. Oh, dann haben wir hier was. Das wollte ich auch noch haben. Film kenne ich. Film ist super. Mehrfach gesehen. Der Italienjob. Der macht Spaß. Fliegen die Mini-Coopers. Das ist gut. Dann haben wir hier auch noch was. Unstoppable. Denzel Washington. Und Chris Pine. Genau. Ich kann mir jetzt wieder nicht auf den Namen. Güterzug außer Kontrolle. Muss eingefangen werden quasi. Ist führerlos unterwegs. Action Film. Ist der nicht auch? Der hatte doch auch was mit Drittel des Scotts zu tun, oder? Ja, und wie immer finde ich das, was ich jetzt gerade haben will als Info, nicht hier hinten drauf. Ach, Tony Scott. Nicht Ridley Scott. Tony Scott. Genau. Und dann, Achtung, Fledermausland. Fear and Loving in Las Vegas. So ein abgedrehter Wichsfilm, ne? Also der ist nicht nur lustig, der ist sogar tiefgründig. Wenn man diese ganze oberflächliche Klamauk-Geschichte mal so ein bisschen außen vor lässt, ist das Ding wirklich, und das beruht auf einer warmen Gebenheit, angeblich, ne? Also den Typ, den Johnny Depp da spielt, den gibt's wirklich, ne? Das ist so ein abgeredetes Ding, ne? Ich sag, wie gesagt, nur Fledermausland. Unglaublich. Ist aber auch nicht für jeden was. Das ist so mit, ja, also das kann auch ganz schnell passieren, dass du nach 5 Minuten sagst, was scheiße, und mach's denn aus. Also da musst du eine Antenne für haben. Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob ich den nach 5 Minuten ausmache, oder tatsächlich bis zum Schluss durchhalte. Zero, wer heißt das? ZeroTheorem. Mit Christoph Walz. Das ist eigentlich das, was ausschlaggebend war, den Film zu kaufen, dass Christoph Walz mitspielt. Auch hier hab ich den Trailer gesehen. Film kenn ich nicht. Es ist irgendwas, spielt in der Zukunft, und ach, ich krieg das alles nicht zusammen. Das ist so ein bisschen abgedreht, glaub ich auch, so ein bisschen fernab jeglicher Realität. Da schauen wir mal. Ja, so, und der musste auch noch sein, Fitch Black. Der fehlte noch. Der kam dann auch noch mit dazu. So, dann hab ich noch was gefunden. Natürlich, wie alle anderen auch, hab ich die auch gefunden. Und zwar, zu einem sensationellen Preis von 2,50 Euro, die komplette Staffel Firefly. Wem das nicht sagt, das ist so Wild West im Weltraum. Ja. Sehr unterhaltsam. Macht super Spaß. Davon gibt es nur eine Staffel. Danach ist sie nämlich abgesetzt worden. Spielen einige bekannte Darsteller mit, die man auch aus anderen Serien kennt und sowas. Wer Castle, die Serie Castle kennt oder so, hier der, ach, ich komm jetzt wieder nicht auf den Namen. Herrgott, Mama, ich hab heute irgendwie ein Loch im Kopf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die komplette, die einzige Staffel von Firefly, die es gibt. Hier. Und im Anschluss, weil die Serie abgesetzt worden ist, kam ein paar Jahre später tatsächlich ein Kinofilm raus, der die Serie zum Schluss, zum Ende führt. Und zwar nennst du das Ding Serenity. Idealerweise guckst du natürlich erst die Serie und dann den Film. Du kannst den Film aber auch alleine gucken, weil vieles aus der Serie, das, was interessant oder das, was eigentlich ausschlaggebend ist, um irgendwie zum Ende zu kommen, kommt alles in dem Film vor. Also man kann den Film auch alleine gucken. Besser ist natürlich in der Kombi hier. Aber es geht auch einzeln. So. Ja. Dann haben wir hier noch was, das wollte ich mir auch schon lange mal angucken. Und zwar den Sherlock. Das ist hier die erste Staffel anscheinend. Da sind drei Filme, drei Fälle, A90 Minuten drauf. Ich hatte letztens auch mal online geguckt. Da habe ich die erste Staffel gar nicht mehr gefunden. Da ging das erst ab Staffel 3 oder so los. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die jetzt. Auch für kleines Geld. Sehr schön. Und dann tatsächlich etwas, was ich mir schon seit Jahren holen wollte. Oder was ich seit Jahren gucken wollte, mir aber nie geholt habe, weil es mir zu teuer war. Das habe ich irgendwie nicht eingesehen. Ich habe da irgendwie so immer so ein Maximum, was ich für bestimmte Dinge ausgeben möchte. Und das ist eben so, dass ich bei einer Serie pro Staffel, sagen wir jetzt mal, 10 Euro ausgebe. Egal, ob du jetzt auf Blu-ray oder DVD auf Blu-ray wirst du eine Staffel, je nachdem was es ist, für 10 Euro kaum finden. Auf jeden Fall habe ich jetzt was gefunden und bin nicht über meine Grenze hinausgegangen. Und zwar habe ich hier die komplette erste Staffel Westworld auf Blu-ray. Richtig schön. Schick. Freue ich mich. Sehr schön. Und passenderweise im gleichen Stand die zweite Staffel. Ja, das ist sogar hier noch so ein limitiertes Digi-Pack. Huh. Ja. Weiß ich nicht. Schick, schick. Sieht gut aus. Blu-ray ist drin. Da freue ich mich auch sehr. Also ich muss sagen, die Börse dieses Mal hat sich für mich wieder richtig gelohnt. Ich habe viele Sachen gefunden, die ich tatsächlich auch auf meiner Liste hatte. Oftmals ist es ja so, man blättert einfach irgendwo durch oder so, oder ich zumindest. Und dann fällt dir was ins Auge, dann nimmst du das mit. In dem Fall jetzt ist eine ganze Reihe Zeug dabei. Auch hier die Westworld-Sachen, die finde ich richtig gut. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, Dinge, die man auch wirklich haben wollte. So, jetzt haben wir hier alles. Ich habe jetzt wieder nicht gezählt. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht, neun, zehn, acht, neun, zehn, zehn, neun, zehn, neun, zehn, neun, zehn, neun, zehn. 34, den muss er abziehen. 33, den muss er abziehen. 32. Also haben wir hier 32 Filme. Und, ja, 4 Serienstaffeln. Ich bin meinem, ja, ich bin eigentlich in meinem Budget geblieben. Das heißt, ich habe mein Budget um 4 Euro überzogen. Da kann man aber gut mit leben. Das ist bei der Ausbeute, ist das wirklich gut. Ich bin zufrieden. Ich freue mich. Wirklich so einräumen kann ich hier noch nichts, weil hier kommen noch mehr Regale zu. Das geht bei mir immer so Stück für Stück. Ja, weil hier ist halt in der Wohnung noch viel anderes Zeug zu tun. Ja, auf jeden Fall jede Menge Zeug. Ja, jede Menge Zeug zu gucken. Ja, gut. Danke fürs Zusehen. Wir sind durch mit dem Update, was die Börse angeht. Ich denke mal, ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Nachmittag, Abend, und je nachdem, wann ihr das Ding guckt. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.